Ich werde jetzt Hobbyhorsing machen. Das ist dieser Crazy Sport, wo man statt mit einem echten Pferd mit einem Steckenpferd reitet. Und das sogar über Hürden. Also habe ich mir eine Freundin geschnappt und nachdem wir uns die perfekten Outfits rausgesucht haben, das ist übrigens die Hürde, wo wir drüber springen werden, haben wir unsere Pferde ausgepackt und den Namen gegeben. Das war unsere kleine Taufe. Vor dem Reiten gab es natürlich dann auch noch so Zubehör wie Karotten, Haspel und Spielzeug. Nach dem Frisieren haben wir uns dann noch so Pferdefreundinnen und Armbänder gebastelt. Sowie vorm Reiten noch ein Steilschild. Und dann war es auch schon so weit. Wir haben alles Zubehör und unsere Pferde eingepackt. Sind zu einer großen Wiese gefahren. Dort angekommen haben wir alles ausgepackt, sowie die Hürde aufgebaut. Dann haben wir auch schon angefangen zu reiten. Und wenn ihr jetzt sehen wollt, wie wir reiten und über diese Hürde springen, schaut mal ein neues Video auf meinem Hauptkanal.